Das ist ein Druck, der jetzt schon hat. Ja, das stimmt. Mein Zuckerrohr. War doch Zuckerrohr, glaube ich. Ob wir die Stadt irgendwann mal bei Tageslicht sehen? Mein nicht in der Armdämmerung. Ich glaube, das hat bisher nur einmal geklappt. Ich sehe gerne mal, wie das Dorf am Morgen aussieht. Ich renne hinterher, sein Hase läuft jetzt nach dem Land bald. Nein, einfach nein. Einfach nein. Und da stehe ich. Lass es. Ich muss einfach nicht. Nein, nicht schon wieder die Äpfel. Nicht schon wieder. Habe ich alle? Ich weiß es nicht. Nee, ich habe nicht alle. Egal. Eichhörnchen kriegt's. Dingens. Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß nicht. Vielen Dank. Ich bin hier in der Hose drin. Meine Tante ist wahr. Was? Nein! Nein! Nein, Herbert! Nein! Bitte! Nein! Nein! Ich kann diese Vorstellung gerade ganz schnell aus meinem Kopf rauskriegen. Nein! Einfach nein! Nein, 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 nein! Ganz böse! Böser Wolf. Ganz, ganz böser Wolf. Nein, kenne ich nicht. Ich weiß doch nicht mehr, was Phineas und Ferb ist. Wenn ich das überhaupt dringend nicht ausgesprochen habe. Achso, ich dachte, das wäre ein Rock. Ist aber kein... Was denn? Das muss nach meiner Zeit gewesen sein. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was ist das? Oh, das kann ich mir leisten. Das rote Stirnband. Bin ich zwar pleite, aber das kann ich mir leisten. Mit dem Rucksack haben sie immer noch drin. Ich hätte doch gern die Ringe. So richtig ausgesprochen, das ist schon mal... Okay, das ist schon mal gut. Glaube ich. So was bei... Ja, gut! Wieder für 6400. Hm, ob wir da Geld fahren? Wir brauchen Money. Ganz dringend. Also und... Dann einmal gucken. Gut, Merlin ist eh auf vollster Stufe. Zitrin, Ocra... Wo kriege ich Ocra her? Und Sonnenblumen. Nudeln. Thunfisch. Schokoladenwaffeln. Gegrillte Gemüseplatte. Das kriegen wir hin. Gruner Salat. Cremesuppe. Ein Zeichendrickserie von Dissero. Zwei Brüder in... So, mal vielen Sachen dafür. Die Schwester, die eine Mutter verpetzt. Das Zeug dann immer kurz vorher verschwindet. Und ja, man schna... Äh, schnauelt jetzt aus dir. So ein Geheimagent ist. Okay, das muss vor meiner Zeit... Äh, nach meiner Zeit gewesen sein. Dies, äh, ja. Dies muss nach meiner Zeit gewesen sein. Eher Drei Mach das. Glühchen, die kann ich auch immer füttern. 17. August 2007. Okay. Okay, nicht ganz nach meiner Zeit. Dann habe ich es aber trotzdem verpasst. Es sagt mir tatsächlich einfach gar nichts. Überhaupt nichts. Hab ich nie gesehen. Ich habe aber auch Glück bei den Steinchen. Nice. Vielleicht sollte ich Woli öfters nicht mitnehmen. Ich habe ab irgendeiner gewissen Zeit hat nur noch Sachen geguckt, die so für meinen, also die ich halt für ganz früher kannte. So neue Sachen habe ich dann halt gar nicht mehr geguckt. Hallo Kitty. Nein. 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 Okay. Ich glaube, ich muss gleich die Steinchen verkaufen gehen. Steinchen! Nur mehr Steinchen? Hallo. Lass mich da hin. Also die Hasen so aufs Zimmer geschickt. Alles klar. Das schaue ich mir nach dem Stream an. Will ich überhaupt wissen, was das genau ist? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich irgendwas, wo ich mir nur denke. Oh Gott. Hilfe. 3000. Nice. Hier ist jetzt nicht die Welt, ne? Wir sehen uns. Hallo, Kumpel. Bis bald. Okay, jetzt muss ich Pflanzen fotografieren. Hatten wir auch schon mal. Hier dann schreiben, in der Hoffnung, dass heute besser Empfang auf der Arbeit sein wird. Das kotze ich ab. No. Bestimmt. Was soll's denn dieses Morgen? Für die Süßigkeiten haben. Dann hat er noch mal. Dann hat er noch mehr gesehen. Dann hat er noch mehr gesehen. ja da wir haben viel zu tun das hat man auch schon alles auch alles maragt sich finden traumscherben habe ich nicht noch ich glaube die hatte ich gerade alle gedingselt weil sie es gerade gar nicht genau kann nur sein dass keine ahnung wo die sind aber das ja mal mit so schön wo das wetter ist haben wir so schichten keine form auf arbeit vielleicht mehr da haben wir in seinem fang das hier bei uns also liegt es dicht am anbieter das wissen wir wenigstens was für wetter kommt heute ist so richtig geiles selbstwetter um die fünf bis sieben grad glaube ich mir anscheinend nur ganz schlecht bewirkt richtig herrlicher tag oh man ja gut dann weiß man immer wie das wetter wird das war kein zimmer was was w Ich suche was. Ich weiß nicht, ob man es findet. Okay, ich schaue dann aber nach hinten. Dreamlight. Wir brauchen Dreamlight. Also Trommelscherben. Trommelscherben, Trommelscherben, Trommelscherben. Und da kann ich ja Dornen gedöhnt. Oh, komm schon. Juhu. Ich mag hier. Ich meine, es müsste ihn irgendwo hier geben. Hier sind wir die Waschbären. Wenn ich jetzt mal wüsste, welchen Waschbären ich gestern versucht hatte, da näher zu kommen. Ich versuche es einfach bei jedem. Probier einfach jeden durch. Ich weiß nicht, welchen von denen ich gestern hatte. Ich weiß nicht, welchen ich gestern hatte. Ach, ich fuhr ja, wir haben hier einfach jeden durch. Ja, ist doch so. Oder ist das der, den ich eben hatte? Ich glaube, das ist der, den ich eben hatte. Aber wo sind die anderen? Es gibt doch mehr als einen. Puffi, was willst du? Das ist wieder der. Folgen, beziehungsweise. Äh, nee, 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 steht noch nicht. Also, beziehungsweise. Wenn du das hier jetzt mal... Uh, wenn du das wolltest. Nee. Errungenschaften. Also, ja gut, das sind die Errungenschaften. Nee, 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 nee. Das tue ich noch nicht. Das Problem ist, es gab gestern ja aber auch noch andere Farben. Meine Farbe von gestern ist gar nicht da, glaube ich. Ich glaube, ich hatte jetzt den hier. Und ich meine, ich brauchte den hier. Der soll den ganzen Tag hier sein. Sehe ich aber nicht. Äh, was steht von Füller die Waschbären. Ach so. Ja, das ist aber eine Aufgabe. Das ist keine Errungenschaft, das ist eine Aufgabe. Ähm. Ähm. Hier, das sind diese Aufgaben, für die man die Scherben kriegt. Ja. Fütter die Waschbären. Ich hab insgesamt... Also, gestern hab ich den ersten gefüttert, heute hab ich den zweiten gefüttert. Ähm. Geht aber halt darum, wenn ich... Ich sag jetzt mal den Grauen, den ich gestern, glaube ich, gefüttert habe, heute nochmal füttern würde, würde der als, äh, Viech bei mir in der Liste erscheinen. Also, dann würde ich ihn halt bekommen, quasi als Begleiter. Aber, wenn ich, äh, alle sieben füttere, oder wenn ich, ne, allgemein sieben meine Waschbären fütter, krieg ich dadurch halt, äh, diese Scherben. Die Scherben, die ich hier hab. Was ich halt bei der Waschbären machen muss, ist zweimal den gleichen füttern. Aber dazu müsste der von gestern halt auftauchen. Was er leider nicht tut. Es ist halt ein und dasselbe da. Merke ich halt, weil er immer wegläuft. Statt. Dass er sich dann aufsetzt. Ich weiß nicht, wo... Die anderen zwei Waschbären von gestern sind. Angeblich sollen sie den ganzen Tag hier rumlaufen. Das heißt dann, dass, äh, wir denken auch, dass in der Sammlung oft leuchten. Nicht mehr ausgegraut sein. Genau. Genau. So wie mit den, äh, Eichhörnchen. Ich habe die drei Eichhörnchen gefüttert. Zweimal. Und dadurch habe ich es halt bekommen. Und jetzt steht dann halt, das Rote ist heute nicht da. Das Schwarze ist heute da und das Graue ist heute auch nicht da. Und hier... Der ist nicht da. Der Graue müsste da sein. Der Rote ist heute nicht da. Der Schwarze ist nicht da. Und der Weiße ist da. Aber ich finde den Grauen nicht. Hallo Niklas. Ich finde den Grauen Waschbären nicht. Ich befürchte, er ist auf der anderen Seite. Ich befürchte, er ist hier drüben. Wo ich noch nicht rüberkomme. Ich kann nicht cheaten. Das ist halt nur der Weiße. Und den habe ich bisher nur einmal gefüttert. Leider. Mir geht's sowas gut. Und dir? Okay, ich gebe die Waschbären erstmal auf. Ich muss jetzt auch nur Bulle hingehen. Ui. Womöglich. Oder halt gucken. Was hab ich denn da rausgekriegt? Ähm... Passt. Okay. Ich wollte gerade sagen. Wird der Lord wieder nicht. Oder Isa? Das ist das Eichhörnchen. Die, 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 die... Ich brauche Traumscherben. Ich glaube, ich kann nicht mehr haben. Ich glaube, ich kann nicht mehr haben. Ich denke, das muss passen. Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Ich bin schon der Warnung passen zum Spiel. Ja nie. Ist klar. Mhm. Natürlich. Achso, kann ich... Erweitern. Ah, ja gut. Ich könnte, ne? Mal schalten. Mal schalten. Lager. Ja klar. Da steht natürlich genau der Kamin vor. Hoch. Ähm... So. Pack ich erstmal hier mit rein. So. Wenn wir uns ansonsten nicht arbeiten, wer kann das wohl lieber durchzocken. Ja, das glaube ich. Das glaube ich dir. Aber ich glaube, da hat man keine Wahl. Sehr. Violenhalter. So, Fensterpuppe. Kleiner Bücherstapel. Der Kamin. So. Etter Wessel. Huch. Außersehen rausgetappt. Hat er, lass ich es ja nicht, seit ich ranpacken kann. Egal. So. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal die einzelnen Kisten leerräumen. Da sind noch mehr Traumscherben, das ist gut. Gut. So. So. Dann hier rein. Huch. So geht jetzt mal die Falsche. Ähm. Hier. Wie macht das erstmal so? Okay. Okay. So. Wie diese eine Truhe einfach nicht für alles an Essen reicht, ne? Oh je. Dafür ist kein Platz mehr. Äpfel. Ich habe einfach zu viel. Am besten, ich koche einfach 30 mal hintereinander Upsalat oder sowas. Oh, neue Kisten. Oh, unbedingt brauche ich neue Kisten. Oh, jedes Mal. Blumen, 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 Blumen. Ähm. Okay. Noch irgendwas? Ich glaube nicht. Das kann da hin. Der Rest kann auch erstmal bleiben. Alter, wie viel Stein habe ich denn? 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 Untertitelung des ZDF, 2020